Kerosin eingespritzt wird und das gibt hier gleich die ganzen derben Kanonenschläge und das gibt die Leistungen von weit über 10.000, 15.000 PS Schubkraft. Das Finale bei den 32. Night Olympics, die Jet Funny Cars. Untertitelung des ZDF, 2020 Schubkraft. 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 Das war das letzte Rennen bei den Eintracht und übrigens, ich hoffe, sie waren gut nach Hause.